Thomas Kischon ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler polnischer Herkunft. Karriere, der Verteidiger, der in seiner Jugend für verschiedene Essener Vereine die Fußballstiefel schnürte, spielte neun Jahre lang im Trikot des 1. FC Köln und durchlebte alle Höhen und Tiefen des Vereins inklusive mehrerer Auf- und Abstiege. In dieser Zeit arbeitete er unter den Trainern Morten Ulzen, Stefan Engels, Peter Neururer, Lorenz Günther Köstner, Bernd Schuster, Ewald Lienen. Christoph John, Friedhelm Funkel und Marcel Koller. Mit seinem einzigen Bundesliga-Tor schrieb er Geschichte, als er im März 2002 DK Sekunden 1 zu 1 gegen Hertha BSC erzielte. Es war das Ende von 1.034 Minuten ohne Torerfolg des 1. FC Köln ein bis heute bestehender Bundesliga-Rekord. Nach der Saison 2003-04 wurde sein Vertrag beim 1. FC Köln nicht mehr verlängert und er wechselte daraufhin zu Rot-Weiß Oberhausen, die allerdings zum Ende der Saison in die Regionalliga abstiegen und Kishon dort somit nur eine Saison spielte. 2005 wechselte er zu Panionios Athen nach Griechenland, kehrte aber im Januar 2006 wieder nach Deutschland zurück und spielte für den VfL Osnabrück. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, er wurde bereits als Fehleinkauf abgetan. Entwickelte sich Thomas Kishon in der Saison 2006-07 zu einem Abwehrgaranten- und Führungsspieler des VfL Osnabrück. Am Ende der Saison konnte man sich für die zweite Bundesliga qualifizieren. Nach dem Abstieg im Sommer 2009 verließ er den Verein. Um einen neuen Arbeitgeber zu finden, präsentierte Kishon sich im Sommer 2009 beim Training der Vereinigung der Vertragsfußballspieler. Am 2. September 2009 unterschrieb er schließlich einen Vertrag beim südafrikanischen Verein Morokas Wellos aus Johannesburg, wo er unter Trainer Rainer Zobel spielte. Nachdem Kishon von Zobels Nachfolger Gordon Igesund nicht mehr berücksichtigt wurde, beendete er im Januar 2011 seine Karriere und zog zurück in das Ruhrgebiet. Seinen genauen Wohnort lässt er absichtlich im Dunkeln. Seit dem Beginn der Saison 2013-14 trainiert Kishon die E1-Junioren des Essener Stadtteilclubs Preußen-Eyberg. Verdacht der Manipulation Nach dem Geständnis eines N-Geklagten und der Aussage seines ehemaligen Mitspielers Marcel Schuhon im Prozess um illegale Wetten und Spielmanipulation vor dem Bochumer Landgericht stand Kishon unter Verdacht, in den Wettskandal involviert zu sein. Beide behaupten, Kishon sei an Manipulationsabsprachen von Spielen zu Ungunsten des VfL Osnabrück beteiligt gewesen. Im Vorfeld des Prozesses hatte Kishon bereits zugegeben, Kontakt mit der Wettmafia gehabt zu haben, wies aber eine persönliche Beteiligung bislang stets zurück. Im Juni 2012 erhob die Bochumer Staatsanwaltschaft Anklage. Anklagepunkte waren unter anderem Steuerhinterziehung, Beihilfe zum Betrug und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Im Juni 2014 gestand Kishon, sich an den Manipulationen beteiligt zu haben. Das Landgericht Bochum verurteilte ihn daraufhin zu neun Monaten Haft auf Bewährung. Vom DFB-Sportgericht wurde Kishon im Oktober 2013 für zwei Jahre gesperrt. Statistik Bundesliga 131 Spiele 1 Tor 1. FC Köln 45 Spiele 11 Tore VfL Osnabrück 4 Spiele 1 Tor VfL Osnabrück Ui Cup 5 Spiele 1. FC Köln Erfolge Aufstieg in die Bundesliga 2000-2003 mit dem 1. FC Köln Aufstieg in die 2. Bundesliga 2007 mit dem VfL Osnabrück 4 Spiele 11 Tore VfL Osnabrück